Und jetzt? Die haben das wirklich 1 zu 1 kopiert, sag mal bitte nicht böse, wieso kommen die damit durch? Weiß ich nicht. Die können doch nicht Save the World zum Beispiel. Was spielst du jetzt? Ja, Moment mal, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Legacy, Fort Blocks oder Battle Royale? Lass mal Dinge spielen, Moment, wie kann ich denn ver... Hä? Äh, Moment. Lass mich gerade mal ein bisschen was gucken. Cookie, Cookie. Königreich heißt das. Was? Äh, ich glaube einfach Battle Royale ist das. Battle Royale. Frühzeitiger Zugang, Early Access, Fort Blocks. Das kann die doch nicht einfach. Wurde schon mal entfernt. Und dann ging das wieder rein. Powerwash Simulator, wenn wir spielen, dann ist keiner mehr da. So, wie kann ich denn jetzt da... Dies ist ein sekundärer Modus, du kannst deinen Skin ändern. Wie kann ich denn die... Äh... Die Musik ein- und ausstellen. Gibt es ja keine Möglichkeit hier. Äh, doch. Ähm... Warte mal einen Moment, lass mich mal gerade fuchsen. Du kannst ja gar nix einstellen hier. Wird das gespeichert oder ist das weg, wenn man das nächste Mal reingeht? Es wird gespeichert. Ich habe ja auch ein Skin, das ich mal ganz, ganz früher hatte. Und ich habe den immer noch, also... Ich kann euch einladen. Ja, lad mich ein. Ich eingeladen. Aber... Ähm... Aber ich will das eigentlich gar nicht spielen. Wie können die das machen? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich ja keine Musik drauf, ne? Ich habe keinen Bock, da 50 Claims zu kriegen. Ja, ja. Ah, sehr gut. Ja, aber die Musik ist ja auch wie im Vorderen normal. Ich glaube, da kriege ich auch keinen Claim. Na, kein Claim. Ja, doch, einen Claim. Ich hätte jetzt gerne irgendwas zu essen. Haben wir irgendwas zu essen noch? Reis und Nudeln haben wir. Reis und Nudeln. Aber ich habe jetzt eine asiatische Soße wieder gekauft. Dann mache ich heute einen ganz einfachen Reis. Ich gehe mal zurück zu... Kannst du mir beitreten? Geht das? Warte mal unter... Äh, unter den Plus... Warte mal, ich gehe mal hier hin. Es ist einfach nur... Ja, ja, warte mal. Ich gehe mal zurück zur Lobby. Genau. Ford Blocks. Und dann... Belloreal. Ja, dann bin ich wieder in der Lobby drin. Genau, das ist ja auch richtig so. Did you know, Ford Blocks has been around... Zwei Jahre gibt es das schon? Dass die nicht verplagt worden sind? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das... Oder das ist von Fortnite selbst. Ah, vermute ich jetzt nicht. Ich weiß es nicht. Wenn sie clever sind, hätten sie das aber gemacht. Weil Geld haben die ja. Geld haben die in Massen. Ja, das ist auf jeden Fall. Und wieso passiert jetzt nichts? Warte mal, ich kann hier mal... Dauern ein bisschen. Das Läge, das Läge. Es dauert ein bisschen. Heute dauert auch noch schon ein bisschen. Okay, äh... Ja, normalerweise beitreten unter dem Plus. Unter dem Plus? Ja, da ist ein Plus. Oha! Kannst mir beitreten, da steht der Max 90.000. Ja, das ist aber geschlossen. Zur Party beitreten. Genau. Da ist aber das Schloss zu. Das geht nicht. Ach so, warte mal. Da muss ich, glaube ich... Äh... Da sind aber alle zu, oder? Kann ich... Aber ich lade dich einfach ein. Und ich glaube, jetzt kannst du rein. Party beitreten. Das geht nicht. Du kannst aber auch... Lad mich... Warte mal. Er sehe schon. Dein Asia-Bot ist beigetreten. Hier steht... Zur Party einladen. Ah, sperren nur Einladungen. Wieso ist es gesperrt? Dann kann man das... Ah, jetzt kannst du beitreten. Jetzt kannst du beitreten. Ach, hier gibt es das Rad. Party sperren nur Einladungen. Alle Einladungen werden abgelehnt. Einladen... Ja, jetzt kannst du beitreten. Jetzt geht das wieder. Ja, jetzt geht's. Beitreten. Das ist so schlecht gemacht. Das ist so bitter schlecht gemacht. Sind die froh, dass ich da nichts zu sagen habe? Aber das geht nicht. Aber wieso... Wieso kann ich nicht... Ich glaube, generell Roblox ist gerade verpackt. Ja, spüren wir. Ah! Ah, warte mal. Ja, genau. Lädt ein. Du musst auf Lädt ein drücken. In die Spiegelist. Nee, Lädt ein. Du musst auf Lädt ein drücken. Das ist ganz große. Und dort aus... Okay. Müsste... Scheinbar ein Party. Ja. Ah! Drin. Das ist... Bist du das? Ja. Ja, dann lad mal noch... Ähm... Den Bot ein. Und... Äh... Ich weiß nicht, ob Dominik auch drin ist. Gut, Miele ist auch da. Dann kannst du den auch noch einladen. Dann sind wir zu viert. Gut, Miele habe ich gesehen. Ja. Gut, Miele ist da. Ich habe Miele eingeladen. Ja. Ich könnte nicht rein, weil voll ist. Nein, nein, der ist nicht voll. Kann man doch zu viert spielen, oder? Ja, Truppe. Truppe kann man ja zu dritt oder zu viert spielen. Das ist doch toll. Ja, zu dritt kann man spielen. Nee, zu viert kann man spielen. Quatsch, es ist zu viert. Das dauert viel zu lang, viel zu lang, viel zu lang. Das dauert viel zu lang, um ein paar Leute einzuladen. Ja, eigentlich muss man nur annehmen. Unterlieb ein und dann nehmen wir das einfach an. Wenn nicht. So schwer ist es nicht. Ja, ja, vielleicht sieht ihr das nicht. Das muss blinken, das muss grell sein. Da müssen Pfeile blinken. Da muss alles sein, dass man das sofort sieht. Da oben links, so ein kleiner, schwarzer Fleck. Wir sind aber nur zu zweit. Warte mal, ich muss mal hier wieder aktualisieren. Ich weiß nicht, warum der das nicht immer aktualisiert hier. Das dauert viel zu lang. Alter, Fresse. Alter. Da war zweieinachtend und neujahr, bis das mal klappt. Ich habe nur 360p hier, doch auch 1080p. Pfeile? Kannst du beitreten? Ja, das sieht er halt nicht. Ich kann nicht rein, weil voll ist, schreibt er. Ich weiß nicht, von wann das ist. Ja, aber es ist doch nicht voll. Kann bis drei Leute spielen. Bei dir ist es nicht voll. Muss mit anderen Account spielen. Ich heiße Leo Sille. Leo Sille. Ich kann ja auch leider das hier irgendwie, weiß ich nicht. Ich glaube, Miele versteht das, glaube ich, gar nicht. Kann ich das? Ist das immer auf der Seite da, dieses Linke? Wie meinst du? Wir sind ja nur zu zweit. Wo ist eine andere? Ja, Miele habe ich ja eigentlich, aber er will ja nicht annehmen. Warte mal, vielleicht kann ich ihn ja einladen. Warte mal. Aber wahrscheinlich, du kannst ihn nur einladen. Gott, ist das alles schlecht gemacht. Da sieht man nur die Hälfte von der ganzen Liste. Kann man den suchen? Ja, man kann suchen. Miele. Gut, Miele. Eins. Eins. Zur Party einladen. Ist das unsere Party damit gemeint? Ja, eigentlich schon, ne? Geht alles nicht. Das geht alles nicht, weil hier alles zu ist. Das ist so grottenschlecht gemacht. Ja, denn hier ist ja nur für seine Lobby. Ja, na, ja. Und er muss ja beitreten, man lädt ein. Geh raus aus deiner Lobby, bitte. Das ist alles so widerlich lang und schlecht gemacht. Das muss zack, zack gehen. Anklicken, Gruppe bilden. Ja, zack. Willst du spielen? Ja, zack. Das müssen zwei Klicks sein. Da muss der drin sein. Kassel, schreibt der. Kassel? Wo ist denn Kassel überhaupt? Kassel. Ist das in Deutschland? Kassel? Ja, ja. Okay, komm, spür mal was anders. Das geht nicht. Jetzt schau mal, wie lang, jetzt überleg dir mal. Du bist jetzt der Chef, sagst zu deinem Programmierer, komm, wir gehen jetzt mal live. Ich will mal sehen, wie du eine Gruppe magst. Jetzt stehst du als Chef da und guckst dir das an. Das gucke ich mir nur ein einziges Mal an. Dann sage ich, vier Wochen gebe ich dir, dann ist das gemacht oder du fliegst. Das Matchmaking muss besser gehen. Ja, wie gesagt, eigentlich einladen, lädt ein, dann zack, boah. Ja, aber es geht ja nicht. Siehst ja, es geht nicht. Die Frage, wieso? Wieso? Weil es nicht durchdacht ist. Das war der Erfolg vom iPhone. Steve Jobs hat gesagt, es muss einfach sein. Einfach sein. Die müssen reinkommen, die müssen eine Gruppe bilden können und sofort rein ins Spiel. Wir sitzen jetzt seit fünf Minuten hier und es geht nichts. Dann spielen wir was anderes. Na. Doch, du kritisierst ja das Spiel. Ja, natürlich. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt der Chef, ich würde sagen, das kann es so nicht sein. Wenn das, okay, lass uns spielen was anderes. Wenn es so lange dauert. Ja, aber es geht ja nicht. Na klar geht das. Ja, dann geh doch in die Party von Familie rein. Ja, na klar geht das in die Party.